Musik Morgens um 5.30 Uhr beginnen sie mit ihrer Arbeit, die Fahrer der Hanauer Tafel. Von rund 65 Bäckereien und Lebensmittelgeschäften sammeln sie die Lebensmittel ein, die eigentlich noch in Ordnung, für den normalen Verkauf aber nicht mehr zu gebrauchen sind. Und da kommt einiges zusammen. Also nur die, die wir von den Lebensmittelgeschäften an leicht verderblicher Ware bekommen haben, waren 574 Tonnen. Und das ist doch enorm. Wir versorgen derzeit damit über 2000 Menschen in und um Hanau. Bundesweit unterstützen die Tafeln regelmäßig rund 1,5 Millionen Menschen. Und die Nachfrage steigt stetig. Wir merken einen ständigen Anstieg, weil wir gerade bei dem Thema auch sind, jetzt zunehmend natürlich auch Flüchtlingsfamilien oder Zuwanderer aus EU-Staaten. Das war vor einem halben, dreiviertel Jahr noch großes Thema hier in der Tafel. Menschen aus Rumänien und Bulgarien, die hier nach den Tafelausweisen nachgefragt haben. Also generell steigt die Zahl, aber es sind auch sehr viele ältere Menschen, die nachfragen nach den Leistungen der Tafel und Alleinerziehende. Und was wir merken, junge Menschen, also junge Erwachsene, die aus irgendeinem Grund keine Anstellung gefunden haben, vielleicht auch keinen Schulabschluss haben, die auch die Leistungen der Tafel nachfragen. Aber wer ist eigentlich berechtigt, die Hilfe der Tafel in Anspruch zu nehmen? Also herkommen dürfen grundsätzlich alle. Alle, die bedürftig sind und die Nahrungsmittel brauchen und die die Bedürftigkeit nachgewiesen haben. Denn wir sehen es ja jemandem zum Glück nicht an, ist er bedürftig oder nicht. Und wir sind auch nach Abgabenordnung gehalten, nur an Bedürftige Lebensmittel abzugeben. Sonst würden wir unsere Gemeinnützigkeit verlieren. Deswegen verlangen wir von den Bedürftigen, die hierher kommen, einen Bescheid, der uns auch nachweist, wir sind bedürftig. Die Kosten der Hanauer Tafel von rund 250.000 Euro im Jahr werden durch Zuschüsse der Stadt und des Kreises, im Wesentlichen aber über Spenden gedeckt. Für das Abholen, Sortieren und Austeilen der Lebensmittel werden viele Hände gebraucht. Neben den Ehrenamtlern werden daher auch einige Mitarbeiter vom Arbeitsamt geschickt. Also wir haben neben den ehrenamtlichen Mitarbeitern, wir haben im Moment rund 65 ehrenamtliche Mitarbeitende, arbeiten je nachdem, wie viele Stellen besetzt sind, zwischen 21 und 27 sogenannte gemeinnützige Mitarbeiter. Das sind Mitarbeiter, die im Rahmen ihrer Hartz-IV-Bezüge noch 20 Stunden gemeinnützige Tätigkeit machen müssen. Sonst würden sie von ihren Hartz-IV-Leistungen gekürzt werden. Und die kommen auch aus allen ehemaligen Berufsgruppen her. Das können Menschen sein, die mit Paaren 50 aussortiert worden sind vom ersten Arbeitsmarkt und jetzt keine Stelle mehr bekommen, weil sie zu alt sind, weil sie zu teuer sind. Und die kommen eben hierher und arbeiten dann im Rahmen ihrer Hartz-IV-Bezüge. Für viele von ihnen ist es ein Wiedereinstieg in einen geregelten Alltag. Mir macht es sehr viel Spaß. Man lernt Leute kennen, andere, die man sonst vielleicht nicht kennenlernen würde. Und mir macht es wirklich sehr viel Spaß. Es ist angenehm das Arbeiten. Thorsten Ruppelt ist dabei selbst auch Kunde der Tafel und weiß aus persönlicher Erfahrung, wie wichtig diese Einrichtung ist. Es ist wichtig, weil es ist ja keine Gesamtversorgung, es ist ja nur eine Zusatzversorgung. Und die hilft, wenn man wenig Geld hat, sehr. Die Ehrenamtlerin Rosemarie Titsch fühlt sich hier deshalb genau an der richtigen Stelle. Sie weiß, ihre Hilfe wird gebraucht. Ja, erstens mal ging es mir in meinem Leben gut, kann ich sagen. Mal aufwärts, mal abwärts, aber gut. Und ich wollte irgendwas in meinem Rentner-Dasein dann noch machen. Und durch die Kollegen, und das hat mir auch hier gefallen, die Tafel. Man kann sich betätigen, man lernt Leute kennen und vereinsamt nicht. So gut und wichtig es ist, dass es die Tafeln gibt, belegen sie aber andererseits auch das Versagen des Staates. Die sozialen Sicherungssysteme werden immer löchriger. Ein Zustand, den der VdK so nicht hinnehmen möchte. Solche freiwilligen Angebote dürfen kein Vorwand dafür sein, dass der Staat aus seiner Verantwortung entlassen wird. Irgendwie müsste die Spanne zwischen Arm und Reich verkleinert werden. Diese große Schere ist leider zu groß. Und ob das die Politik irgendwann schafft, das weiß ich nicht, aber das wäre das, was gemacht werden müsste. Es ist und bleibt erniedrigend, für sein täglich Brot an der Tafel anstehen zu müssen. Es muss für jeden armen Menschen in Deutschland wieder möglich sein, mit Hilfe staatlicher Unterstützung genug für ein menschenwürdiges Leben zu bekommen. Und meines Erachtens ist es eine Schande, wenn ein alleinerziehendes Elternteil schlichtweg das Geld nicht hat, um sich die Lebensmittel kaufen zu können. Für mich ist es eine Schande, wenn ältere Menschen, die unser Land mit aufgebaut haben, die schlimme Jahre miterlebt haben, die mit bescheidenen Mitteln groß geworden sind, jetzt plötzlich mit ihrer Rente dastehen und kann sagen, ich kann mir eigentlich meine Miete nicht erlauben, ich kann mir nichts gönnen. Südfrüchte, nee, ist für mich vielleicht einmal im Monat drin, weil es zu teuer ist. Das dürfte nicht sein. Und da müsste man gegensteuern und da müsste die Politik etwas tun, damit es den Schwestern unserer Gesellschaft, nämlich den Alten, den Kranken und den jungen Familien, den Kindern, dass es denen gut geht. Und da müsste man mehr hinschauen und dann, glaube ich, würde sich auch da etwas zum Besseren wenden, zum Thema Armut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020